Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Eine weitere Ausgabe des Nachmöglichkeit wöchentlichen Podcasts hier auf www.gregs-rpgheaven.de ist angesagt. Der Gedankensprung heute mit einem Thema, das stammt wieder von meiner viel zitierten, viel gerühmten Liste an Themen, die ich mir irgendwann mal gemacht habe. Aber ich wollte schon längst mal einen Podcast dazu machen. Da habe ich kürzlich nochmal im Gedächtnis und in der Liste herumgekramt und da ist es wieder aufgeploppt. Und ich glaube, nachdem ich wieder einige Folgen aus dieser Serie, aus diesem Medium mir gegönnt habe, bin ich wieder bereit, relativ frisch drüber quatschen zu können. Heute möchte ich reden über eine TV-Serie-Film-Phänomen, kann man fast sagen, namens Mystery Science Theater 3000. Mystery Science Theater 3000 war mir als Teenager ganz grob ein Begriff. Ich kann mich erinnern, dass als ich meine erste Videotheken-Karte hatte, da hatten wir ja auch mal einen Gedankensprung drüber, wie ich in der Videothek damals gewildert habe, Mitte der 90er und so weiter. Da war eine Kassette dort, wo Mystery Science Theater 3000 drauf stand. Ich glaube, sogar auf einigen anderen Videokassetten war eine Werbung mit drauf. Und das Ding schien für mich auf den ersten Blick wie, ja, es war ein Film, es war eine Art Space-Parodie. Da war ein Typ mit Robotern auf einer Space-Station und dort sind alle mögliche Sachen irgendwie so schiefgegangen. Und dann haben die angefangen, Filme zu gucken und so weiter. Ich fand das interessant zwar, was ich dort auf der Kassettenverpackung, auf dem Trailer gesehen habe, aber ich habe mir diesen Film nie ausgeliehen. Ich habe das nicht wirklich gemacht. Ich habe erst viele Jahre später dann mitbekommen, was das denn ist, aber erst nachdem ich durch die Lobpreisung des Internets drüber gestolpert bin. Also in den 90ern war mir Mystery Science Theater als Film am Griff. Und ich halte mal kurz hier rein, das ist die DVD, wenn man vielleicht sogar noch original verschweißt. Weil ich hatte es mir damals aus der Videothek ausgeliehen und angeguckt. Diese DVD habe ich beim Wichteln geschenkt bekommen. Ich glaube, der Gegenüber, der mir die geschenkt hat, entweder hat er gewusst, dass ich Mystery Science Theater so gerne mag, aber noch eben verschweißt, weil ich es seitdem nicht gucken brauchte, weil ich den Film schon 18 Mal gesehen habe vorher. Aber vielen Dank an meinen unbekannten Wichtelpartner, der mir dieses nette Geschenk gemacht hat. Da oben sieht man es vielleicht kommentiert von Oliver Kalkhofe und Oliver Welke, die natürlich heutzutage eher bekannt sind für Kalkhofes Matscheibe natürlich, seine Comedy-Sendung. Und Oliver Welke macht, glaube ich, die heißt es, die Heute-Show. Ja, diese Daily-Show für Arme, kann man fast schon sagen, die Nachrichtenparodiesendung. Aber beides natürlich Comedians im größeren Sinne. Und ich glaube, die beiden sind auch als Radiomoderatoren lange Zeit unterwegs gewesen. Und haben dementsprechend Ahnung von Comedy und vor allem Leben von Humor in ihren Stimmen her. Und das ist es, was diesen Film ausgemacht hat. Ich habe den Anfang der 2000er dann mal sozusagen zu Gesicht bekommen durch Zuverleben, nachdem ich im Internet immer wieder gelesen habe, oh, wenn ihr Fans von alten Filmen seid, dann solltet ihr vielleicht mal Mystery Science Theater angucken. Und dieser Part sieht toll aus und das andere schaut toll aus. Und ich dachte erst mal, hm, okay, wovon reden die denn eigentlich? Also das, was ich von Mystery Science Theater mitbekommen habe, ist dieser Film, der in der Videothek dort herumhing. Aber die sprechen auf einmal von ganz, ganz komischen Sachen, die jetzt nicht dort hätten sein können. Von irgendwelchen Professoren, die dort aufgetaucht sind und Affen, Leuten in Affenkostümen und dies und jenes und alles. Und ich habe dann herausgefunden, Mystery Science Theater war nicht nur ein Film und überhaupt was für eine Art von Film, das werde ich gleich nochmal läutern, sondern Mystery Science Theater war eine TV-Serie, die es in den USA gegeben hat. Die ist gelaufen von Ende der 80er bis Ende der 90er für zehn plus Jahre, kann man sagen, zehn reguläre Staffeln gab es, plus eine vorher, die noch im lokalen US-TV gelaufen ist, also bevor die dann einen vernünftigen Fernsehvertrag bekommen haben und da das Konzept noch ausprobiert haben. Es gibt rund pro Staffel an die, wie viele sind es, 12, 13, 14 Folgen, also man hat theoretisch hunderte von Folgen, die man gucken kann. Mystery Science Theater hat während der Jahre, während es ausgestrahlt wurde, mehrfach dann den Sender gewechselt, den Sendeplatz, den Kinofilm in der Höhe der Popularität sozusagen in den USA gemacht und teilweise, nee, nicht teilweise, einmal sogar so ziemlich komplekt die Cast ausgetauscht, die dann vorher im TV gewesen ist. Ja, Mystery Science Theater als Konzept sind sogenannte Riffs, nennt man das nicht. Die Riffs bei der Gitarre, ja, wo die Leute dann Musikinstrument in die Hand nehmen und dann entsprechend dann ordentlich darauf abgehen, sondern Riffs im Filmsinne ist etwas, was mir eher als etwas bewusster, was ein Kumpel und ich einfach mal so gemacht haben aus Spaß, nämlich man schaut sich irgendetwas an, eine TV-Sendung, einen Film, whatsoever, und dann fängt man dann zwischendurch einfach mal irgendwelche dummen Sprüche zu machen und drumherum zu labern. Ja, irgendein Charakter im Film sagt einen Satz und dann lässt man hintendran noch irgendetwas Abfälliges drauf folgen, ha 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 und so weiter. Ich kann mich sogar noch sehr gut erinnern, dass wir irgendeine dumme TV-Sendung mit dem Kumpel zusammen seinerzeit, haben wir einen Radiorekorder aufgemacht, nicht aufgemacht, angemacht, dass der aufgezeichnet hat und wir haben einfach angefangen, unsere dummen Sprüche dann da draufzulaber. Wir dachten, das ist das Lustigste von der Welt. Ich habe leider das Tape nicht mehr und ich weiß auch nicht, zu welcher TV-Sendung das dazugehört hat, aber wahrscheinlich war es ganz, ganz schrecklich. Wir haben es nur für ganz lustig gehalten. Im Endeffekt, wenn ihr sowas wie Sinnlos im Weltraum vielleicht gesehen habt, was okay, nee, das ist nicht ganz Riffing, weil dort wird ja drüber synchronisiert auch noch und komplett die Texte eben abgeändert, aber das Riffing ist eben, es erhält die Tonspur, aber es füllt die Teile zwischen dem Gelaber sozusagen mit Kommentaren, mit Bemerkungen, mit Witzen sozusagen auf, als wenn wirklich die Leute entweder von dem Fernseher sitzen und drüber laufen oder das, was Mystery Science Theater ganz berühmt gemacht hat, die Kino-Variante. Bei Mystery Science Theater ist eben nicht so, dass man irgendeinen alten und nach Möglichkeit wirklich schlechten Film, der zur damaligen Zeit, also Mystery Science Theater behandelt, sehr, sehr viele alte Sci-Fi, Trash, Klassiker oder auch irgendwelche Sicherheitsfilme aus den 50ern, wo gezeigt wurde, die Gefahren von Stahlfedern, dass man aufpassen muss, dass die einem nicht ins Auge springen und man soll möglichst viel Sodium zu sich nehmen. Das gab es ja auch solche, so Safety-Filme, die im Kino gelaufen sind, die für damalige Zeit wahrscheinlich okay waren, aber mittlerweile sehr, sehr veraltet und unfreiwillig komisch wirken. Es gibt eine Silhouette, man sieht diesen Film vorne und es gibt die Silhouette unten von den Kinosesseln und da sieht man tatsächlich die Charaktere, die Stimmen, die dann sich über den Film lustig machen. Das ist dann meist ein Dreiergespann zwischen einem Menschen und zwei Robotern, aber im Grunde sind es dann zwei Menschen, die Puppen und so weiter dort bedienen, die sich diesen Film angucken und dann an den korrekten Stellen wie im Kinopublikum reifen, hey du Spacken, aber eben nicht einfach spontan hingeworfen, die ganzen Kommentare, sondern die sind dort vorgeschrieben und gemacht. Ja und währenddessen sieht man eben unten diese kleinen Silhouetten, das hat jeder gesehen. Schaut euch das Vorschaubild alleine dieses Podcasts dann an, da habe ich die Silhouetten auch einmal verbaut, weil die sehr, sehr berühmt sind. Wir haben glaube ich auch bei Game One einmal so das Mystery Science Theater Konzept dann bildmäßig auf irgendeinen Beitrag gezogen. Ich weiß leider nicht mehr, welcher es gewesen ist. Es muss einer der frühen Unchartets oder so dann gewesen sein. Davon hatte ich eben gehört, dass dieses Konzept da war und ich habe gedacht, ey, das hast du selbst ja ganz gerne gemacht. Mal sehen, wie das ist, wie das funktioniert. Und den ersten Film, den ich mir angeguckt habe, war tatsächlich eben der Kinofilm. Ich habe mich noch nicht in die TV-Serie herangetraut und habe gesagt, okay, davon hattest du mal was gesehen, mal sehen, was da jetzt dran ist. Ich habe ihn mir angeguckt und der ist ja mega klasse gewesen. Ich habe ihn mir zuerst auf Englisch angeguckt, aber diese ganzen Charaktere, die man dort gesehen hat, ist es eben nicht nur eigentlich, dass man sich einen alten Film guckt und da so eine Gag-Kommentarspur drunter ist, sondern was die bei Mystery Science Theater dazu machen, auch eben die Schattenspiele davor. Aber die schaffen ein komplettes Umfeld, eine Story, ein Universum, in der die Sachen eingebettet sind. In jedem, also im Vorspann der normalen TV-Folgen, das wird im Film dann auch nochmal so dann erklärt, geht es darum, dass da ein glückloser Typ, ja, der fängt an zu arbeiten bei einem bösen Wissenschaftler und der missbraucht ihn für Experimente, schießt ihn auf eine Weltraumstation, den Satellite of Love, der aussieht wie ein Knochen im Weltraum und so weiter und zwingt ihn dort als Experiment schlechte Filme zu gucken. Ja, und damit er nicht wahnsinnig wird, diese Person, hat er seine, die Roboter, die dort auf der Station sind, umgebaut, dass die sozusagen zu seinen Freunden werden und dort die Filme mit ihm gemeinsam angucken und die gleiche Art von sarkastischem Humor zu teilen. Und damit er nicht wahnsinnig wird mit den Robotern zusammen, schaut er sich diese Filme an, erträgt die Experimente des Professors auf der Erde, der ihm immer wieder ganz, ganz schlechte Filme auf den Satelliten dorthin schickt und, ja, er macht sich einfach drüber lustig, damit er seine, so that he can keep his sanity, glaube ich, singt, im ganz berühmten Titelsong, damit er seine Sinne dann bewahrt und nicht komplett durchdreht. Und zwischen den ganzen Filmclips, die wir haben, jede Folge fängt dann ab und beim Kinofilm ist es genauso, dass man eben diese Story nochmal dort gezeigt bekommt, und dass eben es noch eine übergreifende Nebenstory gibt, die dann dabei abläuft, die ist vielleicht, hängt manchmal mit dem Kinofilm zusammen, den sich dann die Person angucken muss, wer dort ist und was die Roboter angeht, das werde ich auch gleich nochmal ausführen. Keine Angst für die Leute, die jetzt auf blühenden Kohlen und so weiter, dann noch drauf sitzen. Aber es sind wie so kleine, ja, Atmers, Kids, Gags und so weiter aufgebaut. Zu Beginn von Mystery Science Theater war es so, dass es in jeder Folge so eine Art, wie hieß der, Invention Exchange gab. Ja, dann haben der Professor, der unten mit seinem Gehilfen auf der Erde noch stand, man stand immer so unter, mit Computerbildschirm stand der Professor mit den Leuten auf der Station unter Kontakt und jeder musste dann die Leute auf der Station als auch der Professor dann jeweils eine Erfindung vorstellen, die dann irgendwie lustig, dumm beknackt gewesen ist. Ich glaube, das eine war, dass einmal in das Tragegestell aus Alien 2, dieser Trageroboter, mit dem Ripley gegen den Alien kämpft, da hat der Typ, der auf der Raumstation drauf ist, hat dort ein Drumset eingebaut, sodass er dann anstatt Sachen zu heben, darauf Drum spielen konnte und so weiter, so lauter abgedrehte Sachen. Und vielleicht gibt es manchmal noch eine Geschichte, dass da irgendwie ein Virus auf der Raumstation dann drauf ist und in den Filmpausen, also der Film läuft eben nicht durch, da muss ja auch für die Werbung dann dementsprechend Platz geschaffen werden. Alle 20, 30, 15, 20, 30 Minuten kommen die Roboter raus und sind dann für zwei, drei Minuten in der Raumstation und treiben dort die Geschichte weiter. Und wenn der Film zu Ende ist, wird auch danach die Geschichte in den Skits sozusagen abgeschlossen. Die Skits selber sind oft ganz witzig, manchmal sind sie sogar ziemlich lustig. Es gibt auch viele Songs beispielsweise, es gibt einen Soundtrack zum Mystery Science Theater, wo dann die Roboter und die Typen dort verschiedene Sachen intoniert haben, die auch dann entsprechend zu den Filmen passen, die dann da gewesen sind. Und ich muss sagen, bei vielen solchen Sachen, wo dann der Kern etwas anderes ist, sich lustig machen über einen Film, dort eine Kommentarspur drunter haben, dass man sich durchaus vorstellen kann, da wird Zeug vorgespult. Das gibt es ja auch beispielsweise bei Games at the CX, hatte ich erwähnt, diese Let's Play-TV-Sendung aus Japan, wo ein älterer Comedian namens Arino dann alte NES-Spiele durchspielt. Aber zwischen den Segmenten, wo er das NES durchspielt, sind immer so kleine Clips, wo er dann, jetzt fahre ich in eine Spielhalle in Japan oder ich lese aus dem Handbuch von einem alten NES-Spiel vor. Solche Breaks sind tatsächlich wie in diesen Games at the CX-Szenen, sind bei Mystery Science Theater da. Und ich kann gut vorstellen, dass wenn jemand Bock hat auf das Hauptanliegen des Formates der Sendung, dass man einfach davor spult. Ich habe eigentlich nie wirklich vorgespult die Sachen, auch wenn der Film und so weiter lustig ist. Es ist natürlich dann teilweise, ha, ist auch so eine Konzeptsache. Du kannst einen schlechten Film, und dort sind vornehmlich schlechte Filme gewesen, nicht unbedingt immer schlechte Filme, aber vornehmlich schlechte Filme, nur ohne da irgendwie dann noch was extra dabei zu haben, sind die teilweise unanschaubar. Da gibt es ein paar echt, echt ganz, ganz schlimme Klopper. Aber auch wenn du die Gags da machst, natürlich ist es lustig und so weiter. Diese Breaks sind fast schon notwendig, finde ich. Weil so 90, 95 Minuten, zwei Stunden am Stück sich da durchäumeln, das wird relativ schwer. Lass uns mal ein bisschen auf die Person hier eingehen. Ich habe es beim Film hier schon erwähnt, und da sind Oliver Kalkofer und Oliver Welke, die die Synchro-Stimmen sozusagen übernommen haben. Aber eigentlich sind es zwei Trios gewesen, die im Laufe der TV-Serie auf der Raumstation dabei gewesen wären. Und nochmal ein Duo und ein Trio dann unten auf der Erde, die dann interagiert haben. Der ursprüngliche Superbösewicht, das war ein sogenannter Dr. Forrester, hieß er. Ich glaube, der Schauspieler Trace Bulliul, wenn ich mich nicht irre, das steht wahrscheinlich irgendwo auf der Verpackung, dann noch mit drauf. Ist es hier? Ja, Trace Bulliul, glaube ich, heißt er. Genau. Der spielte den Professor Forrester. Oder hieß er Dr. Forrester? Nee, Professor. Dr. Forrester hieß er, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber Forrester war es auf jeden Fall. Und das war, wie man sich so einen typischen Professor vorstellt. Also hat ganz haarig, ganz nach oben, dicke Brille und so weiter gehabt. Immer seinen Gehabe. Ich werde dir jetzt den schlimmsten Film schicken, damit du den sendest. Und der war so typisch Natty Professor, wie man ihn sich vorstellt. Der hatte einen Gehilfen namens Tivis Frank, hieß er einfach. Er hieß Frank, war vom Fernsehen her bekannt in der TV-Serie dort. Also ist er Frank aus dem TV gewesen, Tivis Frank. Und das war so ein kleiner, eher dicklicher Typ, ne? Mit so weißem Haar, das so zu einer leichten Elvis-Tolle gemacht wurde. Und er war so ein typischer Henchman. Ein typischer Gehilfe, der ein bisschen tump selber gewesen ist, aber gemeinsam mit dem Professor hat versucht, sich dann irgendwelche verrückten Ideen auszudenken, damit man die Leute dann dort oben quält. Und die Person, die hochgeschickt wurde in der ersten Hälfte der TV-Serie, das war ein anderer Comedian namens Joel Hodgson. Joel Hodgson kann man sich vielleicht so vorstellen. Der ist innerhalb der Serie auch der gewesen, der dann einen roten Jumpsuit dort anhat. Der wurde laut Intro der TV-Serie dazu angeheuert von Forrester, damit er sauber macht, ja, auf der Deep 13 Bösewichtsstation sozusagen. Und dann hat der Professor gesehen, oh, diesen Demlack wird keiner vermissen, dem packen wir in eine Raumsonde und schießen ihn oben auf den Satellite of Love, um ihn für Experimente zu missbrauchen. Joel Hodgson war ein Comedian, der bereits von sich Reden gemacht hatte in den 70ern und 80ern. Das war ein sogenannter Prop-Comedian, ja. Der hat irgendwelche Tools oder lustige Bauten oder sowas gemacht und hat dann nicht nur klassischen Stand-up gehabt, sondern er hat diese Items dann nach vorne gestellt. Man kennt das vielleicht dann heute eher, ja okay, heute ist schon fast schon weniger, sowas wie Carrot Top haben vielleicht einige mitbekommen. In den 90ern war der ein bisschen bekannter in den USA, der immer mit so gebauten Sachen dann und dann visualisierte Gags gemacht hat, wo er eine Truhe hatte und Sachen rausgeholt hat. Oder hier, den mag ich überhaupt nicht, zwar aus Österreich, glaube ich, kommt der Alf Poyer, der auch sehr oft im Quatsch-Comedy-Club gewesen ist, der für mich immer wie so eine Billow-Variante dann herauskam, dann so ganz, ganz schlechte Zeichnungen hatte. Dann hat er so, was weiß ich, eine Zeichnung von einem Reh, wo ein Buch drauf ist. Da hat er gesagt, guck mal, Regal, haha, weil Buch und Reh und so weiter. War nicht unbedingt mein Humor. Joel Hodgson hat was Ähnliches gemacht und hat eben den Humor erzeugt durch solche komischen Bauten, die er dann da hatte. Und das ist ein Ding, was sich dann weitergetragen hat. Dieser Inventions-Exchange, dieser Erfindungsaustausch, den ich erwähnt habe, war eben ein Grund quasi, um dann das Humorverständnis von Joel Hodgson dort in die Sendung mit zu verbauen und dann seine lustigen Props sozusagen dort als kleinen visuellen Gag-Lieferanten und sowas zu bieten. Und dieser Typ, der behielt auch seinen Namen. Ja, er hieß dann einfach nur noch Joel, wurde oben in den Satellite of Love dort geballert, was natürlich eigentlich nur eine Kulisse im Studio gewesen ist. Und dort hatte er zwei Roboter sich so umgebastelt. Ich glaube, man sieht das innerhalb der Serie nicht, sondern diese gesamte Story wird dann einfach immer im Intro wieder erklärt. Der eine ist Crow T-Robot. Ist so ein goldener Roboter, der, ja, wie der Name schon aussucht, Crow the Robot. Ja, Crow T-Robot, der aussieht wie eine Krähe mit so einer Krähen-Schnute, mit einer Nase, mit einem Plapper-Maul. Und der hat eine eher so gequekte, auch natürlich, ja, alle sind eigentlich sarkastisch, das brauche ich nicht zu erwähnen, aber, ja, der hat eher so eine ein bisschen quäkige Stimme und richtig boshaft will ich die alle eigentlich auch nicht nennen. Also, es ist schon ultra viel Sarkasmus dabei bei den ganzen Sachen, egal, ob es von Roboter oder von Menschen handkommt. Crow T-Robot ist einer der anderen. Und der andere ist Tom Servo, heißt der, und sieht aus wie auch ein bisschen eine Mischung aus Vogel- und Kaugummi-Automat ist. Ich glaube, das Ursprungsdesign war sogar ein Kaugummi-Automat. So ein kleiner Mini-Kaugummi-Automat, in dem man, den man oben geleert hat, wo die Kaugummis reinkommen in die Kugeln. Und dann hat man einfach so eine kleine Schnauze daran. Ich wette, die sind auch von Joel Hodgson gebaut worden, die Dinger. Die waren natürlich Puppen, wo dann entsprechend Leute und Puppenspieler von unten der Bühne, die dann bedient haben und die Ärmchen dann so gewackelt haben. Und die Leute, die Puppenspieler, haben dann auch dementsprechend die Stimmen dann übernommen, der Roboter. Tom Servo wurde gesprochen zuerst von Kevin Murphy, der nicht als anderer Charakter in der TV-Sendung aufgetaucht ist. Aber Crow T-Robot wurde von Trace Bolleux auch gespielt und gesprochen, der den Dr. Forrester oder Professor Forrester, ach, der den Forrester sozusagen gespielt hat. Und das habe ich auch erst gemerkt, nachdem ich nochmal nachher recherchiert habe, weil mir war das nicht bewusst, weil es doch, ja, wenn man genau hinhört, klar, es ist die gleiche Stimme. Aber es klingt trotzdem anders als der Professor und wenn er als Crow T-Robot dann unterwegs ist. Und sowohl Joel als auch Kevin Murphy und Trace Bolleux als die beiden Roboter machen ihre Sache ziemlich, ziemlich super. Also sobald du einmal drin bist, du musst nicht mal die Charaktere richtig direkt kennen, aber du kommst relativ schnell rein, wie die dann ticken. Das ist sehr viel so, ja, sarkastischer Beobachtungshumor, der sich dann darum dreht, wenn die dann innerhalb der Show dann da sind. Manchmal interagieren sie, weil sie ja auch die Schatten unten sind, stehen sie mal auf und interagieren mit der Leinwand und machen da irgendwie kleines Zeug oder so kleine Schattenspiele, die dazukommen. Man sieht immer, da sie wirklich live ihr Skript dann sprechen, wenn der Film drüber läuft, dass die korrekten Mundbewegungen dann da wären beim Roboter. Also das wird wirklich einmal direkt gespielt, das ganze Ding. Und es ist nicht einfach so, dass du einfach nur so einen Schatten-Fake-Computer-Ausschnitt oder irgendwie draufgetrackten Ausschnitt dann hast, sondern die werden da richtig performt und gemacht. Und das funktioniert echt gut bei den Sachen. Beim Film selber, der Film selber basiert auch auf dem gleichen Konzept. Da ist aber nicht mehr Joel Hodgson dabei, weil der hat die Sendung nach knapp fünf Staffeln dann verlassen und wurde ersetzt oder besser gesagt, der Headwriter, der Schreiber der ganzen Sachen ist dann an die Vorderfront getreten. Da ist der hier mit dabei. Da kann man schon so eine Kurzfassung dieser ganzen Nummer dann dort nehmen. Man ist schon auf der Raumstation drauf und man sieht dann Crotey Robot und auch dann Tom Servo, die mit ihrem neuen besten Kumpel namens Michael J. Nelson oder Mike, wie er dort dann genannt wird, der nicht mehr den roten Jumpsuit trägt, sondern den so einen blauen Jumpsuit dann anhat. Charakterlich übrigens, ich habe es erwähnt, Michael J. Nelson war der Headwriter der Gesamtsache. Der hat von Beginn an, glaube ich, sogar dann die Gags geschrieben. Wie erwähnt, die sind ja nicht so spontan entstanden, dass die was haben laufen lassen und dann kommentieren die einfach nur. Der Prozess bei dem Film ist immer das, da habe ich mal das in dem Making-of gesehen, die schauen sich den Film mehrfach vorne an und dann nehmen sie so Timecodes und sehen, okay, welchen Gag können wir machen, welchen können wir dort machen oder an welchem Timing, wie soll dann die Sprache sein, wer soll sich wie wo bewegen und da wird ein Skript geschrieben und dieses Skript wird dann abgelesen. Natürlich wirkt es nicht direkt so, dass es abgelesen wird. Was dann manchmal ein bisschen dann darunter leidet, in Anführungsstrichen, ist natürlich diese spontane Emotion. Wenn du den Gag tausendmal einstudiert und da gemacht hast, dann kann auf dem Set oder wenn die Aufnahme dann da ist, natürlich nicht so supi viel spontanes Gelächter dann immer mit reinkommen, obwohl immer mal wieder was reinbricht. Ich bin mir sicher, dass einige Leute davon ein bisschen abgetan sind. Das Gute aber daran ist, dass so ein Skript vorab geschrieben ist, dass die Gags on point geschrieben werden können. Da kann man gucken, dass jeder Gag so gut sitzt, wie er sitzen kann. Natürlich möchte ich hier nicht garantieren, und es wird auch auf keinen Fall so sein, dass man dann immer zu 1000% dann Humor- und Lachgarantie bei den Sachen dann dort hat, weil es natürlich dann im Humorverständnis der Person, der Autoren dort geschuldet ist, wie sowas gemacht wird. Und da auch vor allem sehr, sehr viele Referenzen und Zitate auf die eigene Popkultur und Jugend der Leute, die dann die Sachen geschrieben haben, wie Michael Jenner ist, und der eher in den 60er, 70er, 80ern dann erwachsen geworden ist. Na gut, 60er und 70er wahrscheinlich in den 80ern war er ja schon erwachsen. Und dort Referenzen und Zitate auf ein bisschen älteres Zeug dann da ist, das man aber auch, glaube ich, ganz gut abstrahieren kann und nicht jedes Mal dann wie der Ochs vorm Karren sitzt, nur weil man die Popkultur von damals nicht kennt. Ich habe bei mir festgestellt, dass trotz, auch wenn ich nicht alle Sachen erkannt habe, viel von dem Humor, abhängig vom Film natürlich und wie gut die gerade drauf gewesen sind beim Schreiben und alles, aber extrem gut gezündet hat und funktioniert hat. Um da nochmal jetzt die Brücke wieder zurückzuschließen, Michael J. Nelson, der ist ja hier irgendwo drauf zu sehen. Nein, ist hier nicht dann drauf zu sehen. Obwohl, warte mal einen Moment, da kann ich noch was anderes zeigen. Ich habe nämlich hier, ich habe die Vorsichtshalber mal ausgepackt, das ist eine Mystery Science Theater DVD Collection, die ich, als ich in L.A. gewesen bin für ein Event, waren wir dort im Amoeba DVD Store, wo man DVDs kaufen konnte. Und ich wollte mal gucken, gibt es da irgendwas, was ich hier in Deutschland nicht bekomme. Und dort gab es diese DVD Collection, die von den 100 plus Folgen ungefähr 6 oder 7 dann auf DVD zusammengesammelt hat und die man dann entsprechend kaufen konnte. Die Box, die ich hier habe, dreht sich um die ganzen schlechten Godzilla-Filme, die dort durch den Kakao gezogen wurden. Ich wollte die einfach haben, weil ich einerseits Godzilla-Filme mag und einerseits die ganzen Verballhonen. Ich wollte einmal auch was Richtiges, weil man die hier in Deutschland mit Ausnahme der Film-DVD leider nicht kaufen kann, dann haben. Hier sieht man zumindest hier unten, da sind es auf eurer rechten Seite ist da Croti Robot und auf eurer linken ist da Tom Servo. Leider sieht man hier weder Michael J. Nelson, sondern nur Gamera hier oben drauf. Schöne Bonus-Geschichten, die hier mit dabei sind. Ja, die Jungs selber sind nicht drauf gezeichnet oder hat man hier was? Ne, das sind Bilder der Filme. Aber sehr, sehr schönes Artwork übrigens hier drauf. Also Michael J. Nelson war der Autor. Ja, wirklich Gedankensprung, ne? Schön wild hin und her von einer Idee zu haben. Ich hoffe, ihr konntet allem vernünftig dann hier folgen. Michael J. Nelson ist der Autor der Serie gewesen und hat eben die ganzen Gags, zwar hat auch Joel Hodgson da sich teilweise mit dran beteiligt, aber Joel Hodgson war mehr so das On-Air-Talent, der seine Sachen und Ideen mehr in diese ganzen Props dann dort gesteckt hat und seine Art, wie er sich gegeben hat, wie er die Ideen transportiert. Ich weiß nicht, ob der dann enorm viel so mitgeschrieben hat, aber ich weiß, dass Michael J. Nelson dann die Hauptlast sozusagen getrieben hat. Und deshalb ist inhaltlich trotz des Wechsels zwischen den Charakteren und zwar auch eine gewisse Andersigkeit sozusagen zu spüren, aber trotzdem das gut erhalten geblieben. Nachdem Joel Hodgson ausgestiegen ist, Mitte der fünften Staffel, hat Mike übernommen, wurde dann hochgeballert auf den Satellite of Love und hat dann quasi seine Stelle dann übernommen und weitergemacht mit den Sachen. Gagtechnisch hat sich ein bisschen weniger verändert, aber es gibt eine große Debatte natürlich unter den Mystery Science Theater Fans. Welcher ist der bessere von beiden? Kann man den einen oder anderen wirklich bevorzugen? Ich muss sagen, ich mag beide sehr, sehr gerne eigentlich. Vielleicht bevorzuge ich es sogar Mike hier und da. Es ist ein bisschen, dass entweder Mike oder Joel so eine unterschiedliche Beziehung, Bindung zu den Robotern dort haben. Joel war mehr so ein bisschen der väterliche Typ. Er hat sich um Crow und um Tom Servo so fast schon ein bisschen so in väterlicher Art gekümmert. Komm, meine Kleinen, ich muss darauf aufpassen. Und Michael oder Michael J. Nelson, Mike, war mehr so wie so ein Bruder oder ein Kumpel. Ist so ein bisschen mit da umgegangen. Das sind so sehr kleine oder feine Abstufungen, glaube ich, woran man festmachen kann, wen man wie oder so mag. Zumindest ein bisschen schade ist, dass es zu der Mike-Ära, dann zu Anfang war noch Dr. Forrester und Hewis Frank unten dort, aber Trace Boleo ist rausgefallen irgendwann aus der Serie und da sind andere Leute nachgerückt. Dann hatte man ein anderes Team dann unten auf der Erde. Ich glaube, es hat noch nicht mal mehr auf der Erde gespielt. Dann war Pearl, hieß sie, und war es die Schwester von Dr. Forrester oder so was innerhalb der Story, eine etwas rundlichere Frau, die dann zwei Gehilfen dann mit dabei hatte. Ein Affen im Affenkostüm, weiß gar nicht mehr, der hieß Bobo, glaube ich, hieß der Affe. Und der andere war ein Alien oder war es der Tod, der sah so ein bisschen aus wie Onkel Fester oder so was, der mit dabei gewesen ist. Ich weiß nicht mehr genau, was die Geschichte dann dort war, aber dann statt Dr. Forrester und Hewis Frank war dieses Dreier. Gespannt, das dann Mike und Crotee Robot und Tom Servo da oben dann verfolgt hat. Das hat dort hingewechselt. Die Sachen mit Pearl gefühlen mir nicht mehr ganz so, wie die mit Dr. Forrester, aber inhaltlich waren die Filme und teilweise die Skits auch selber eigentlich ziemlich klasse. Man findet aus der Mike-Ära genauso viele tolle Folgen wie aus der Joel-Ära und da kann man fast nach persönlicher Präferenz gucken, was man da am ehesten mag. Der Kinofilm fiel dann erst in der Mike-Ära, das heißt, Joel ist nicht mehr daran beteiligt. Man hat sich ein bisschen mehr Aufwand genommen für die Szenen, die dann auf der Raumstation gespielt haben. Als Film hat man sich den Sci-Fi-Klassiker für den Kinofilm This Island Earth ausgesucht, den ich als Metaluna 4 antwortet und ich kenne. Und das ist ein klassischer Science-Fiction-Streifen, wo zwei Personen aus der Erde in einem Raumschiff auf einen Alien-Planeten gebracht werden, der Alien-Planet kurz vor dem Sterben ist. Und dann am Ende, dann darf er flüchten. Den habe ich als Kind hunderte Male bestimmt gesehen. Das war eine der wenigen Kassetten, die mein Onkel damals hatte. Und die habe ich dann immer vor und zu, also wenn die Szenen war, zurückgespult und nochmal geguckt. Und den kenne ich in- und ausfindig als Kind. Und ich fand es super flashy, den jetzt in dem Kontext zu sehen. Das ist beileibe kein schlechter Film, aber natürlich bietet genug Potenzial, um dort Gags und so weiter dann drüber zu machen, dass es im Film dann mit drin verbaut und das drumherum, das Raumschiff, die Roboter, die Special Effects sind natürlich um einiges besser als in der TV-Sendung und auch die Sets, die dort dann verbaut wurden. Aber jetzt nicht unbedingt auf so Hardcore-Super-Film-Science-Fiction-Niveau. Also ihr werdet jetzt nicht dann im Film dann dort so Effekte Marke Alien oder irgendwie 2001 oder sonst was zu sehen bekommen. Aber es war schon ein netter Sprung, wenn man die TV-Serie vorher kennt und dann den Film sieht. Ich habe, wie gesagt, den Film zuerst gesehen und dann geschaut, oh, es funktioniert ja echt gut. Nachdem ich den auf Englisch gesehen habe, habe ich die deutsche Version entdeckt, die sogar eben, wie gesagt, durch Oliver Kalkofer und Oliver Welke neu synchronisiert und mit angepassten Gags ist vor allem. Das ist ja das Gute, die Gags wurden nicht eins zu eins übersetzt, sondern es wurden komplett neue Gags geschrieben, die die beiden dann drüber gesprochen haben. Ich glaube, noch ein weiterer Kollege, der dann dementsprechend auch noch mitgequasselt hat und die Stimmen eines der Roboter dann übernommen. Das war auch fantastisch. Also auch, ich habe den mit meinen Geschwistern auf Deutsch dann nochmal gesehen und da gibt es einige Sachen, die wir heute noch zitieren. So, wann beginnt das neue Zeitalter? Mittwoch! Ohne Kontext wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu sehen, was der Humor so dahinter ist, aber die Sachen wiederholen wir heute gerne noch. Das funktioniert auch echt gut in dem Deutschen. Und davon bin ich dann hingesprungen und habe mir nach und nach dann, ah, es ist eine TV-Serie, lass mal die alten Folgen gucken, lass mal die neuen gucken. Und das Ding ist, dass ich heute kann ich das leider nicht mehr so häufig machen, weil damals habe ich noch nachmittags gearbeitet und dann konnte ich vor der Arbeit vielleicht nochmal einen Film gucken oder sowas und dann mich mal kaputt oder scheckig lachen. Das ist schön so Komfortzeug, weil ich ja eh auch mehr so eine leicht alberne Ader und alberne Natur habe. Und gerade es etwas ist, was ich auch sehr gerne mache. Ja, wenn ich einen schlechten Film im Kino oder sowas sehe, am liebsten hätte ich auch Bock, total einfach so das Maul zu zerreißen mit Kumpeln. Das, was wir vor allem, da werde ich auch am Ende die Brücke schlagen, das, was ich jobmäßig eigentlich mache oder ich hier bei YouTube mache mit Kommentaren und Let's Plays. Eigentlich ist das auch nichts anderes als Riffing, nur, dass ich eben vorab nicht die Sachen mehr aufgeschrieben habe, sondern spontan da mache, was natürlich auch seinen ganzen Charme dann da hat. Aber letzten Endes natürlich eine ähnliche Form ist, was ich hier mache und anders da rüberkommt. Letzten Endes ist es trotzdem aus diesem Fantoom, aus diesem Spaß, wenn Leute Witze über Filme dann drüber erzählen, mache dann mehr, dann rausziehen kann. Ihr könnt gerne gucken, denn ich habe mir die irgendwann mal dann runtergeladen, die ganzen TV-Folgen, die übrigens auch offiziell von den Leuten, die die TV-Sendung produziert haben, also wenn die VDs erhältlich sind, kann man sie nicht mehr runterladen, dann werden sie runtergenommen. Aber hinter jeder TV-Folge stand da Keep the Tape Circulating, weil die TV-Folgen nicht überall in den USA ausgestrahlt wurden, haben Leute die auf Videokassette aufgenommen und haben die dann verteilt. Und das wurde von den Machern auch quasi forciert dann dort. Die wollten, die haben gesagt, hey, nehmt die Sachen auf, verteilt die, zeigt sie anderen Leuten, damit sie über diese Sendung Bescheid wissen. Und da haben einige dann irgendwann die TV-Kassetten digitalisiert und ins Netz gestellt, dass man sie nicht runterladen kann. Und wenn dann offizielle DVDs von bestimmten Folgen rauskommen und es sind beileibe nicht alle Sachen auf DVD drauf, weil es dann so rechte Probleme dann und so weiter gibt, aber wenn die dann auf DVD rausgebracht werden, die man kaufen kann, verschwinden die Folgen dann nach und nach aus diesen Archiven. Den Rest kann man sich dann mit etwas Suche im Internet dann mit dem Segen der Macher dann runterladen. Da habe ich mir sehr, sehr viele dieser Folgen mal besorgt. Einige als Kultklassiker titulierte Sachen dann gern mitgenommen. So ein kleines Ritual, was ich mittlerweile habe, ist dann so einige meiner Lieblingsfolgen dann mitzunehmen, wenn ich irgendwo einen Flug zu machen habe oder mit der Bahn fahren muss. Da mal eine Folge Mystery Science Theater, auch wenn ich die schon kenne, Mitchell aus Season 5 angucken oder dann so, wie hieß das, nee, nicht Time Splitters, Time Heroes, irgendwie so ein ganz schlimmer Zeitreisefilm aus Staffel 9, der sehr, sehr Time Chases hieß ja, dann angucken oder Future Wars mit Dinosauriern aus Pappe und so weiter. Das überbrückte mir immer sehr, sehr gut dann solche lahmen Sachen wie lange Fahrten und lange Flüge, mit denen ich mich dann anders beschäftigen kann. Und das ist wirklich ein sehr, sehr großer Spaß, den ich auch genieße. Es gibt natürlich auch ein bisschen dann auch, es gibt über alles Kontroversen, wenn man dann ganz genug drüber nachdenkt. Aber als Beispiel der Chef und Betreiber von Ain't It Cool News, der Webseite, die sich ja seit langen, langen Jahren um Filme dann kümmert. Und der gibt ja immer den super großen Seniorasten, ach, als Kind habe ich acht Milliarden Filme gesehen und ich liebe sie alle und ich habe alle Schauspieler getroffen und so weiter. Der ist also sehr, sehr infatuiert von dem Filmbusiness. Der mag beispielsweise die Mystery Science-Dinger nicht, weil der das so annimmt, als wenn man sich über die Arbeit und die Schauspieler und das Werk dann dort lustig macht, der Leute. Was natürlich eine durchaus legitime Ansichtsweise ist, weil du nimmst ja an sich das Werk, egal wie schlecht das Ergebnis im objektiven Sinne dann sein mag. Aber es ist trotzdem ein Werk, wo Leute ihr Lebensblut sozusagen investiert haben, wo auch sehr viel Geld und so weiter reingeflossen ist oder weniger Geld reingeflossen ist. Aber es sind Kunstwerke, es sind Werke, wo Leute dann mit Leidenschaft drin hängen, und da kommt irgendjemand und benutzt sie dann eben, um dort einfach schlechte Witzchen, für die dann schlechte Witzchen, dann drüber zu machen. Aber ich sehe das ehrlich gesagt nicht ganz so eng. Es gibt sehr viele Leute, die dann Mystery Science Theater dann auch offiziell sanktioniert haben, die solche Filme gemacht haben, die da gesehen haben. Manche Filme sind überhaupt erst bekannt geworden, weil die im Mystery Science Theater so verballhorned wurden, man sich lustig drüber gemacht hat, wie Manos, The Hands of Fate, ein ganz, ganz schlimmer Horror-Thriller-Film, um irgend so einen Tumpen, ich glaube, der ist so leicht geistig und gehbehindert in dem Film, heißt Torgo, und der entführt Frauen für satanische Messen im Wald oder sowas. Und das Manos, The Hands of Fate, der Film, der ist ultra, ultra schlecht, wirklich, wirklich schlecht. Und nur dadurch, dass sich Mystery Science Theater darüber lustig gemacht hat, hat der einen gewissen Kultstatus erlangt, dass auch einmal DVDs da rausgekommen sind, dass viel mehr Geld mit dem Film dann gemacht werden konnte für die Leute, die die Rechte dran haben. Es gibt sogar ein Indie-Game, was auf Manos, The Hands of Fate, dann basiert, weil einfach dieser Kultantrum entstanden ist. Das kann auch einen positiven Nebeneffekt haben. Und ich finde selbst, also wenn sich jemand hinsetzt und über dein Werk dann benutzt, um sowas dann transformiertes dann daraus zu machen, ich sehe das fast schon als kleine Ehre und so weiter. Das schmälert ja nichts daran, was du mit diesem Film erreichen wollen würdest und so weiter. Also wenn jemand irgendwie meine Videos nimmt und da irgendwie Gag und Humor oder sowas dann drüber macht, ist natürlich dann erst mal gucken und so weiter, wie fühle ich mich. Aber meiner Erfahrung nach oder so wie ich dann ticke, finde ich es eigentlich eine Ehre und es ist was ganz Lustiges, wenn jemand das dann dazu benutzt, um da noch mal was extra witziger ist und so weiter zu machen. Das war auch interessant. Wir wurden ja beispielsweise, wenn wir Kalkofe auch schon hier haben, Kalkofe hat ja auch Game One dann mal in seiner Kalkofe Smatscheibe gehabt und er hat mich eigentlich voll geehrt gefühlt, dass unser Werk dann sozusagen dort bei Kalkofe auftaucht. Es war eben leider, dass Kalkofe nicht erkannt hat, dass wir Witze gemacht haben innerhalb der Sendung und das für bare Münze genommen hat. Wir haben so, hey, willkommen, coole Viva-Sendung, hey, check, check this out. Haben wir alles übertrieben dann auf Viva Jugendstilbergen einen Beitrag gemacht und den hat Kalkofe beispielsweise genommen und den zum Gag und Lustigmachen benutzt. Dann ist es wieder, wenn du nicht verstehst, was die Intention dahinter war, war es ein bisschen schwierig, das dann dort dahin zu gehen. Aber wenn das anders ausgegangen wäre, wenn das Neues für Mystery Science Theater gewesen wäre, ich hätte es dann komplett anders dann aufgefasst. Also ich sehe persönlich da weniger das Problem und man sollte da nicht so eng gestrickt sein mit dem Ganzen. Ja, wie erwähnt, aus dem Ganzen hier, wie diese Art Riffs gewesen sind, ich finde aus, die ganze Let's-Play-Szene, so wie sie entstanden ist, ein ganz großer Teil kann man wirklich darauf umdenken, und dass Leute dann solche Riffs oder solche Sachen wie Mystery Science Theater sie dann gemacht haben, dass es daraus irgendwie mit entstanden ist. Ja, und der Spaß an Kommentaren, an lustigen Gags und so weiter, schaut euch sowas wie Game Grumps an, ja, das Videospiele eigentlich komplett nur dazu benutzt, ihre eigene Bühne zu machen. Das beste Beispiel wäre sogar das Let's-Play von Phantasmagoria 2 von Spoonie, was ja eines der besten Let's-Plays ist, die ich je gesehen habe, wo Spoonie auch nicht wirklich spontan die ganzen Gags bringt, sondern viele Sachen dann auch teilweise, er hat sich einmal angeguckt und da an den richtigen Stellen was vorgeschrieben. Und ich habe mich so kaputt gelacht dann dabei. Mir hat das so viel Spaß gemacht, sich dieses Let's-Play dort anzugucken. Es hat sich angefühlt eben, wie als wenn jemand ein schlechtes Spiel nimmt und wie bei Mystery Science Theater dann durchzieht und dann wirklich seine Gags dann drumherum macht. Glaube ich auch, dass viel von der Let's-Play-Szene davon inspiriert ist. Und je mehr das in der Richtung machen, funktioniert es auch gut. Und die Leute, die Mystery Science Theater gemacht haben, in den verschiedenen Gruppen, die haben mittlerweile neue Projekte, nachdem Mystery Science Theater eingestellt wurde. Lange Jahre hat das Ganze erst mal brach gelegen und erst eben durch Word of Mouth, dass Leute sich im Internet gesagt haben, schau es dir an, pass das und das und das, hat sich natürlich dann wieder eine Fan-Gemeinte dann entwickelt, die dank des Internets die Tapes umso besser dann tauschen kann und weitergeben kann, dass viel mehr Leute, sogar irgendein High-O-Pei in Deutschland wie ich über die Serie Bescheid weiß und seinen Spaß dann noch hat. Es sind zwei weitere Formate entstanden. Die zweite Crew um Michael J. Nelson und Crow und, also ich bin mir nicht mal ganz sicher, welche Schauspieler dann dort Crow und Tom Servo dargestellt haben. Die sind auch gewechselt mit der Zeit. Aber die, die mit Mike Nelson dann am Ende die Sachen gemacht haben, die haben sich zu dritt zusammengeschlossen und eine Webseite namens Riff Tracks dann ins Leben gerufen. R-I-F-F-T-R-A-X. Und dort kann man sich nicht mitfilmen und nicht mit irgendwelchen Schattenspielen unten oder Skiz und so weiter. Aber die machen lustige Audio-Kommentarspuren für Filme, die man sich für 99 Cent ungefähr dort kaufen kann. Und dann gibt es dann so Versionen, ja, die passt auf diese DVD drauf. Wenn du die hast, musst du am Anfang gleichzeitig Play drücken auf deinem Computer. Und dann kannst du die lustige Untertitel oder die lustige Kommentarspur von den Riff Tracks Leuten, von eben Michael J. Nelson und den anderen dann hören. Und es ist fast wie, dann als ob man Mystery Science Theater hätte. Und der Unterschied dort ist dadurch, dass sie nicht mehr dadurch gebunden sind, den Film nicht mehr dort zeigen, können sie natürlich über alle möglichen Filme dort machen, inklusive sehr, sehr vieler Blockbuster. Und da sind nicht nur schlechte Blockbuster dabei, nicht nur was von wegen Armageddon oder andere Michael Bay Sachen, sondern auch viele gute Filme dabei. Aber da zeigt sich auch, finde ich, dass dieses Konzept nicht nur auf schlechte Filme limitiert ist, weil schlechte Filme mit einer lustigen Kommentarspur werden besser. Gute Filme mit einer lustigen Kommentarspur werden lustig. Es muss also nicht zwangsläufig dann da sein. Du kannst selbst auch als einem hochklassigen Film dann entsprechend Humor ziehen. Und das Ergebnis ist plus oder minus dann das Gleiche. Am Ende ist es sehr schön zu sehen bei Riff Tracks, dass manche Sachen dann auch mit teureren Filmen und so weiter und die dann eben nicht dadurch mehr restriktiv nur noch schlechte und billig zu holende Filme dann sich dann dran schaffen, weil die dann auch parallel gezeigt werden müssen und da die Rechte angeklärt sind. Jetzt können die freien Lauf lassen und jeder, der 99 Cent pro Spur ausgeben will, habe ich eine Handvoll mal gemacht. Aber ich bin da zu sehr noch, ich habe viel zu viel von den klassischen Mystery Science Theaterfolgen noch übrig, dass ich jetzt mir die Neuen dann reihenweise zulegen möchte. Man kann es dort machen und ich glaube, die kommen auch allgemein ganz gut an. Die touren sogar teilweise durch Theater und zuletzt gab es glaube ich sogar so Live-Riff Tracks, wenn ich mich nicht irre, dass man das dann zusätzlich machen kann. Das gleiche oder fast das gleiche Konzept gibt es nicht nur von Riff Tracks, sondern die andere Gruppe, die sich zusammengeschlossen hat, die dann Joel Hodgson, eben der Erste, der im Jumpsuit im Weltraum gewesen ist, plus dann Trace Beaulieu und ich glaube, ist es auch Kevin Murphy oder war Kevin Murphy beim anderen dabei? Zumindest da die erste Dreiergruppe oder Leute, die dann beim ersten zusammengearbeitet haben, die haben sich als Cinematic Titanic, die cinematische Titanic, sozusagen zusammen gerottet, die eigentlich das Gleiche machen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die auch so einzelne MP3s oder Audiospuren anbieten, die man einzeln kaufen kann, aber es gibt zumindest dann so DVDs, wo dann so Audiokommentare dann mit dabei sind von denen und quasi, je nachdem welche Art von Humor oder sowas macht, kann man sich ja fast schon ausdrücken, ob man lieber die Riff Tracks, die neueren Mystery Science Theater Leute haben will, oder die Cinematic Titanic, die älteren und so weiter. Es gibt etliche Artikel, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es da irgendwie böses Blut zwischen Mike und Joel gab, die sind auch öfters da miteinander aufgetreten und so weiter. Gibt es einige Artikel und ich glaube auch, wahrscheinlich sogar Bücher, die dann drüber geschrieben wurden, da kann sich jeder ins Thema mal ein bisschen reinarbeiten. Ich habe dann so einen schönen Artikel vor einiger Zeit zugeschickt bekommen, den habe ich noch nicht gelesen, weil der ein bisschen länger war. Den spare ich mir auf, wenn ich mal wirklich einen Nachmittag oder sowas Zeit habe, der einige Sachen dort klären soll, was dort passiert ist mit dem Wechsel und warum man dann nicht so viele Schnittpunkte zwischen den beiden gesehen hat. Letzten Endes hoffe ich, weil ich alle oder alle Personen, die dabei sind, da echt gerne Marco und ein Herz geschlossen habe über die Zeit mit der, TV-Sendung hier, dass die am Ende sozusagen so zusammenkommen und im Endeffekt jeder für sich selbst Spaß haben kann, Spaß rausziehen kann und im Endeffekt dann nicht irgendwie im Nachhinein sich, ach, die haben sich während der Sendung alle gehasst, also haben wir keinen Spaß mehr. Ich glaube, das ist dem nicht so. Ich bin auf jeden Fall riesig, riesig großer Fan von Mystery Science Theater und jeder, der lustige Letz Plays oder sowas macht, mag, und auch macht, der schuldet es sich, wenn er von Mystery Science Theater 3000 nichts gehört hat, sich damals zumindest den Film, den Kinofilm dann anzuschauen und vielleicht auch mal sich ein bisschen in die ganze Sache reinzuarbeiten und einfach, ja, teilweise so zu lachen, wie man selten dann zuvor gelacht hat, weil da echt super, super viel cooles Zeug bar ist. Okay, wild hin und her ist es gegangen, aber ich glaube, ich habe alles über Mystery Science Theater gesagt, was ich sagen wollte. Ich bedanke mich, dass ihr so treu dabei gewesen seid und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Ausgabe des Gedankensprungs wieder am Start. Ich war der Gregor, ich sage ciao, ciao und bye, bye. Bis dann.